Endlich wieder Sonne und spontan besuchten wir Hong Island, um ein bisschen Urlaubsfeeling einzufangen. Vorher machten wir noch einen Stopp in der Bucht von Paradise Island. Untertitelung des ZDF, 2020 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 18 Uhr und die Sonne fängt an, den Armtümmel zu verzaubern. Diese verirrte Libelle an der Decke unseres Flures war ein gefundenes Filmmotiv. Der verhangene Hümmel an diesem Tag ließ uns in die Botanik gehen und wir hofften auf neue Motive für unseren Film. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dieser Paradiesvogel war unser letztes Motiv, denn wir suchten Schutz vom Regen. Endlich, die Sonne kehrte wieder zurück und wir besuchten nochmals Hong Island. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein kurzer Ausflug in den kleinen Wald und man hatte wieder was zu filmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020